Hey Leute und willkommen zum Willkommensvideo auf diesem Kanal. Im Hintergrund seht ihr, wie ich VOT spiele. Jep. Auf jeden Fall, ihr seid wie auch immer auf meinen Kanal gestoßen. Das freut mich immer wieder sehr sehr dolle, das mitzukriegen. Ich habe beim jetzigen Standpunkt 90 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dieses Jahr noch 100 Abos voll macht. Ist ja auf jeden Fall sehr sehr krass. Und jetzt einmal zur Vorstellung. Ich bin Paul, ich bin, naja, ich lebe in Deutschland. Ja und ich spiele sehr sehr gerne, wie ihr im Hintergrund auch schon seht, VOT. Ich spiele gerade den LTZ VZ 38, ein Dreier. Ich weiß, ein Dreier, aber egal. Naja, ich spiele auch sehr gerne Minecraft. Das kann man auch relativ gut auf meinem Kanal erkennen. Und ich bringe auch ab und zu mal random Videos oder auch mal Roblox. Kommt halt darauf an, auf welche Spiele ich Lust habe. Ja, wie gesagt, das hier ist mein Willkommensvideo. Ihr könnt gerne meinen Kanal verbreiten. Ihr könnt gerne euren Freunden erzählen. Außer ihr seid an meiner Schule. Meine Freunde wissen oder Freunde wissen, was ich meine. Dann am besten nicht. Und ja, aber sonst schon. Na ja. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich habe meinen Kanal jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Ist schon eine ordentliche kleine Zeit. Ähm. Ja und dreieinhalb Jahre. Ich spiele seit sechs Jahren Minecraft. Äh, seit drei Jahren Roblox. Und seit einem Jahr spiele ich, oder fast einem Jahr spiele ich jetzt VOT. Ähm. Ja, seit sechs Jahren sieht man an meinen neuen, an meinen Minecraft-Videos nicht so an. Aber das, ähm, kann man sich schon leicht erklären. Als mein ganz allererstes Minecraft-Video rauskam. Weil das war alles noch Bad Rock und Bad Rock spiele ich halt jetzt schon seit sechs Jahren. Und dann habe ich es jetzt ungefähr seit einem Vierteljahr, ähm, Java. Deshalb bin ich da noch kompletter, kompletter Schrott. Ihr könnt die mal bitte ein bisschen aufführen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, das sieht sehr danach aus, als wenn wir das verlieren. Mein Motor auch schon kaputt. Ach komm. Auf jeden Fall, das war es auch schon mit meinem Vorstellungsvideo. Äh, ja. Und dann wären wir uns hoffentlich. Klasse, ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr freuen. Und ihr könnt auch gerne meine anderen Videos abchecken. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit VOT und so weiter hochgeladen. Das, was ich gerade ein bisschen aufgezählt habe. Und, ja, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Tschüss. Tschüss.